Und ein herzliches Willkommen zurück im Online-Turnier mit Von Lüehr, Gameplays als Hobby in Mario Tennis Aces im Online-Turnier-Match. Wir sind ins Halbfinale gekommen im letzten Teil nach einem wirklich langen Spiel gegen das Team. Nochmal gesagt, das war ein gutes Spiel und wir suchen jetzt den nächsten Gegner. Mal schauen, wer uns entgegentritt, wie gut derjenige ist. Gianpi mit Rosalina wieder. Also, nicht sie wieder, aber Rosalina wieder. So, Gianpi, auf ein gutes Spiel. Oh, ich habe sogar Aufschlag. Dann schauen wir mal, wie es losgeht. Geht schon mal scheiße los. Ja, zwar nicht so ein Trickstack drauf wie Boohoo, aber es reicht aus. Ja, zwar nicht so ein Trickstack drauf wie es läuft. Oh. Ja. Ja. Ja, beide 30. Aufholjagd hier. Jawohl, und überholt. Let's 30. Geilter Spielball auch noch mir. Jawohl, nein! Meine Güte. Wieder so einer, ey. Ja! 1-0! Aus. Scheiße. Okay. Was ist jetzt? Ja. Was mach ich denn? Vorhin liebt es das auch so gut. Beziehungsweise spannend so gut. Okay. 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 Wow. Okay. Ups Nein! Scheiße, 1-1 Schon wieder so lange das Spiel geht Aber das Spiel ist gut Oder eher, ich weiß es nicht Okay Mein Supersprung hat nicht funktioniert Ja! 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 Boah, Alter! Scheiße! Was ein Spiel, ey. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Meine Güte, ey. Das gibt's doch nicht. Was war das denn schon wieder für ein Kack? Ey, wir sind schon acht Minuten dabei. Das gibt's nicht. Es gibt's doch nicht. Ja. Oh Gott! Das wird noch ein 2-2, ey. Boah, da hab ich aber Glück gehabt. Der wäre ja nicht ausgegangen, normalerweise. Rein! Wie festgewürztes Stand der Bowser da ist. Das gibt's nicht. 2-2, meine Güte, ne. So ein langes Spiel hatte ich jetzt auch noch nicht hier im Online-Turnier. Komm mal, Öl. Ah, B6 geht das, glaube ich, ne. Ja! Ja! Gerne, Piet, du bist irre! Jawoll! Komm, kannst du dich schon gewonnen haben? Das gibt's doch nicht. Jawoll! Jawoll! Nein! Das gibt's nicht. Äh, Reskiss? Ne, ich glaub nicht. Hey! Ich hab A gedrückt, was soll der Scheiß? Komm, noch einen Punkt! Nein! Was... Oh! Schon wieder! Ja! 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 Ich hab gedacht, wir wären fertig. Das gibt's nicht. Was ist das? Was ist das? Nein! Das darf doch... Das gibt's doch nicht. 15 Minuten an dem einen Match. So, das gibt's doch nicht. Boah. Ja! Jetzt fängt's wieder mit einem scheiß Vorteil an, ey. Das gibt's doch nicht. Ich riskier's nicht. Ja! Ja! Wow! Nein! Oh, Mann! Ich will, dass das Spiel eigentlich vorbei ist, aber ich will dieser Sieger vorgehen. Das gibt's nicht. Ja! 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 Das darf doch nicht wahr sein, ey. Was war ein Spiel. Glückwunsch, die Ampi. Aber... Das war jetzt echt wieder scheiße hier, dass ich so festgewachsen war. Meine Güte, ne. Boah. Oh, der hatte aber schon über 3000 Punkte gehabt. Nicht schlecht. Okay. Aber es war ein gutes Spiel. Also, das war ja echt Wahnsinn hier. Das war echt knapp. Boah. Ich weiß nicht, wie's euch geht. Mir hat's gefallen, auch wenn ich verloren hab. Ich kann mir aber selbst... Doch, kann ich mir. Aber mach ich natürlich nicht. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben, wenn's euch auch gefallen hat. Und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ja, das war Mare Tennis Aces mit einer echt anstrengenden... Partie. Aber... Gut, okay. Beim nächsten Turnier vielleicht wieder. Mit voll neuen Gameplays als Hobby. Ich sag nur, viel Spaß noch auf meiner YouTube-Seite und auf YouTube generell. Auf Wiedersehen. Tschüss!